Gute Nick Nolte, was hochgeladen hat. Lass uns da doch mal reingucken, was hab ich denn mal wieder prediktet. Also Nick Nolte, Nick Nolte ist auf einem ganz anderen Level gerade unterwegs. Nick Nolte ist definitiv Meme-Jesus. Wenn Joost Meme-Gott ist, dann ist Nick Nolte definitiv aktuell Meme-Jesus. Ich hab mir extra für den Joke diese Jacke geholt. Riecht es? Ich hab dich schon erwartet. Tragen Sie das, müssen Sie einen Mundschutz tragen oder so? Was ist das? Luftpolsterfolie! Der Zauberer hat gewonnen, Alter! Heiks, du hast sich was überlegt. Ich denke, viele von euch kennen mittlerweile Philo's Cock. Okay. Wir fangen an mit dem Pedo-Joke. Alles klar? Ja. Warum? 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 Herzlich willkommen hereinspaziert. Hier gibt es alles, was den Matthias interessiert. Wo der Rickroll sitzt oder das Meme lustig ist. Und vor Lachen wird sich richtig eingeprisst. Wie, wo, was weiß Matthias? Berger! Wie, wo, was weiß Matthias? Berger! Wie man Videos schneidet, gegen Ninjas verliert. Und zum Schluss wird Kakao von der Hand serviert. Und wie das geht und wo das steht und was man damit macht. Kriegst du ohne Fach chinesisch beigebracht. Wie, wo, was weiß Matthias? Berger! Wie, wo, was weiß Matthias? Ja, Matthias Berger hat einfach dein Maul verpistig, Digger.